willkommen ihr lieben zu einer weiteren folge let's play clash of clans mit mir dem thorsten und ihr habt ja mitbekommen dass ich am mittwoch ein gml match gestreamt habe nämlich 11 original oder auch kurz genannt eve gegen disabled und wir haben allerdings nicht alle kämpfe drin gehabt und ich wollte einfach noch so ein paar kämpfe festhalten für euch sonst laufen die irgendwann raus wartungspause ihr kennt das ja keine wiederholung mehr da aber sie sind jetzt noch da und deswegen habe ich mir gedacht nimmst du noch mal ein paar auf bzw ich zeige euch noch mal ein paar auch wenn es teilweise die sind das ist nicht so schlimm gerade 12 auf 11 nicht 12 auf 11 13 auf 12 oder auch 12 auf 11 ich glaube 12 auf 11 ist nicht dabei sondern nur die anderen und bevor wie gesagt die mir hier rauslaufen ich kann euch gar nichts mehr zeigen denn den rest haben wir eigentlich im live stream gesehen aber ziemlich viele angriffe schon gesehen von beiden truppen hier und dann kann ich euch auch das endergebnis mitteilen für die dies jetzt noch nicht gewusst haben oder halt auch vielleicht nicht im disco der gml sind und da das ergebnis einsehen können ich habe es auch schon gespeudert glaube ich bei mir im discord bzw ja doch im disco habe ich schon gespeudert den die haben aber sicherlich dann auch nicht alles gesehen sondern nur das ergebnis aber hier mit meinen auf rathaus also elf auf elf ist dieses hier und schöne schöne begegnung muss ich sagen mal wieder in der gml habe mich auf jeden fall gefreut und danke an beide clans und auch an die gml dass ich das mal wieder machen durfte das kommt ja nicht so häufig vor dass sowas gestreamt wird von mir zumindest dann müssen zauern wie heißt es immer zeit und raum müssen immer passen denn das war jetzt absolut passend hier auf mittwoch ist zwar ein bisschen später angefangen aber ich durfte auch ein bisschen länger machen und da haben wir ja schon doch schon einiges gesehen haben dann ja übergeben an lady b die hat das ganze dann so ein bisschen weiter gestreamt das könnte dann auch ihren twitch kanal sicherlich sehen nur spielte sich das ganze dann auch schon hart mitten in der nacht ab und dann gab es nicht mehr ganz so viele kämpfe zu sehen es gab noch welche ich habe selber zugeschaut aber schön hier mit meinern und mit den hawks aus der kaserne geht das hier noch geht das hier ins letzte drittel sage ich mal schön gemacht und hinten das rathaus ist auch down also eine typische anti drei sterne base rathaus ganz ganz draußen und so konnte es in jedem fall weitergehen im unteren bereich da müsste auf twitch den live stream noch mal geschaut haben hatte ich ganz ganz merkwürdige bases nämlich überall mit zum eave drin das kam hier oben aber nicht mehr vor aber schön gemacht hier von piv auf die nummer 9 auf felicitas und wir gehen in den nächsten fight der nächste fight ist hier von mutter mit rathaus 12 auf rathaus 12 und auch hier mit einer hybrid kombi also mit meiner und hockrider im rathaus 12 bereich muss ich sagen habe ich die bisher selber auch noch nicht gespielt das muss ich selber selber mal antesten aber hier erst mal mit dem queen charge ist das ein charge an ist es eher ein worgen charge soll ein bisschen in die base reingehen der walk geht sicherlich auch ein bisschen weiter aber mal sehen wann hier der felsenwerfer vor allen dingen zum einsatz kommt und in welcher form bzw soll er jetzt noch ein paar mauren aufmachen oder soll er wirklich nur ein paar truppen irgendwo raus lassen denn die queen kommt jetzt nicht wirklich tief in die base und schafft jetzt natürlich auch nicht queen oder sonstigen helden das ist auch nicht notwendig sondern klanburg würde da vollständig reichen jetzt geht es hier schon mal ein bisschen weiter rein jetzt kommt die klanburg raus gelockt mit den hockrider der eine seite noch eine defense gemacht hat und hier waren dann eine ganze masse hexen drin sehe ich gerade ein baby drache aber schön gesetzter gift hier das war der fahne von der seite des rathauses her und jetzt geht es hier über welche uhrzeit 6 7 7 30 sagen wir mal geht das hier los oder 19 30 geht das hier los richtung mitte der base mit den hocks und mit den minern worden im heck und außen laufen schon mal pecker king ein paar magier auch noch ein paar truppen kaserne ist echt eine gute wahl was kommt am ende raus es kommt noch mal auch gerade noch mit dazu also max auch gerade hier nochmal aus der kaserne und auch hier hat das passing absolut super gepasst die queen schafft es zwar nicht ganz aber die restlichen truppen nehmen sich jetzt die defense vor und dann ist es da auch die masse die es gemacht hat schön angeführt 12 12 ich muss immer ein bisschen selber was mitnehmen damit ich auch mal ein bisschen besser werde beim angreifen aber hier wir haben schöne angriffe gesehen guckt euch ruhig auf twitch den live stream noch mal an wenn ihr noch einen schönen angriff oder so sucht aus dem abend er war finde ich sehr sehr gelungen und wir haben wirklich wirklich viel gesehen alles kann ich nicht zeigen muss man ganz klar sagen dann werden diese folgen ultra langen beziehungsweise auch die streams werden ultra lang klar denn der kampftag hier ging ein tag und es durfte 50 prozent gedippt werden aber so viel muss hier gar nicht gedippt werden aber dieses hier war auf jeden fall rathaus 12 auf rathaus 12 nächster fight go und zwar kommt der von 1 auf die 4 das ist jetzt allerdings schon die ball so 13 auf 12 aber das haben wir auch gestern eben ich gehe noch ein bisschen weiter raus das haben auch gestern mal wieder im live stream gesehen das ist nicht unbedingt ein drei sterne also 12 auf 13 das ist ja jetzt auch nicht so ultra weit weg man kann halt nicht sagen ein 13 3 hat ein 12 war immer und auch ein 12 3 hat ein 11 war immer das ist längst nicht so und auch da musste in jedem fall so ein bisschen was was planen aber auch hier mit der hybride technik also rox und die meine allerdings hier jetzt schon auf max level und auch die helden sind schon ich wollte gerade sagen sind schon ziemlich stark beim juli sind schon ziemlich max beim juli also der sms eyewitness hier denn die truppe um die die säbel setze sich zusammen aus leuten von der säbel und einige leute ausspätze mit soos die hier an der gml teilnehmen und hier unter die letzten acht gekommen sind das finde ich wirklich wirklich gut dass auch clans oder dass sich hier clans zusammentun die eigentlich sonst nicht unbedingt alleine so was stemmen könnten also so eine liga alle alle rathäuser zusammenbringen und deswegen hat hat man sich hier so ein bisschen zusammengetan und hat gesagt pass mal auf wir haben ein paar zwölfer elfer ihr ein paar zehner lasst uns das mal machen finde ich sehr sehr gut dann das belebt auf jeden fall würde ich sagen die szenen ich hoffe das gefällt der gml auch dass sich auch solche clans melden auch wenn man manchmal das gefühl hat dass david gegen goliath spielt aber ich glaube dass das ist nicht so viele clans holen da auf mit ihren charakteren und auch mit ihren accounts und sind sicherlich dann irgendwo hier mit dabei und überstehen schon mal so ein paar runden auch wenn es jetzt nicht alle runden sind aber ich wollte gerade sagen der olympische gedanke zählt nee dabei sein ist alles ist nicht alles man will natürlich auch ein bisschen was zeigen und wissen was gewinnen das haben hier in jedem fall beide clans gemacht sowohl eve als auch desäbelt und auch hier geht es richtung rathaus mit hocks und mit den minern besser mit den minern als mit den hocks denn die hocks auch da am rathaus das rathaus zwölf verteidigt schon recht krass und so ein ultra ultra overkill ist das dann auch nicht das seht ihr denn am ende wird es noch mal richtig knapp am rathaus sind auf jeden fall alle schweinereiter dort gestorben und die gladiatorin machte das rathaus die kriegt das rathaus aber auch gerade so mit dem letzten schuss und dann war es das auch für sie in der mitte sind noch ein paar meiner die jetzt die clan buch machen und außen king mit pecker kein thema nur noch eine defense beziehungsweise der minenwerfer ist ja auch eine defense aber macht jetzt nicht mehr so den schaden gegen diese truppen und so waren das hier auch in diesem bereich schöne drei sterne also 1 auf nummer 4 ein dip hier vom juli auf die nummer 4 auf den kalle und von dem sehen wir gleich in jedem fall auch noch was so ich bin jetzt gar nicht rüber gesprungen sondern ich bin hier erst mal geblieben nummer 2 auf nummer 2 der pfiff hier auf if vision vision ist ein bisschen der drahtzieher hier das habe ich jetzt auch gelernt an dem abend das heißt also so ein bisschen der drahtzieher bei if der die ganzen fäden hier zusammen zielt und auch die truppe hier zusammenhält motivator und sonstiges habe ich mir sagen lassen finde ich sehr sehr gut und ich kenne ja nicht so unbedingt viele aus der szene aber viele leute kennen sich hier mittlerweile sehr sehr lange und wissen wie wie man oder wie zusammen gespielt wird aber pfiff hier hat er sehr sehr gut gemacht auch wieder mit hybride technik ihr seht dass man doch oftmals in den gleichen rathausstufen sehr sehr ähnliche angriffe sieht und das ist aber kein garant dafür dass man sagen kann naja jetzt hat der toto schon zweimal die hybrid angriffstaktik gezeigt mit den schweinereitern und mit den minern dann geht das wo immer nee das ist nicht so leute das geht so dass das geht in jedem fall nicht so immer und aber hier mit drei eiskulern sind glaube ich immer noch nicht schlecht in der cb denn die halten die queen auch auf ihr müsst mal jetzt ein bisschen die zeit sehen wenn man wenn man da nicht direkt weitermacht aber das macht er außen mit der kaserne hier auf 9 uhr entgegen der tesla farm und mit der gladiatorin geht sie jetzt weiter auch hier mit max truppen der king weiß noch nicht ganz max aber passing auch hier für die miner und für die hocks sauber gelungen hier queen macht hier unten das rathaus ganz alleine und da ist dann die bombe auch nicht gefährlich denn die ist weit genug weg und auch der fries kommt da nicht zum tragen denn auch der hat ja nur so ein paar felder und wenn die queen da nicht direkt neben steht dann passiert ja nichts der scattershot geht da oben da und ist auch sehr sehr wichtig auch eine gute verteidigung habe ich jetzt auch an dem art mal wieder gesehen dass der unheimlich wichtig ist wenn er gut platziert ist und gerade so messtruppen wie hier die meiner und die hockrider haben dann keine chance aber hier der heilzauber vielleicht ein bisschen ja man sagt immer ein bisschen zu kurz aber besser der heilzauber trifft dann noch ein paar truppen als dass du ihn irgendwo so ein bisschen nach vorne wirfst und dann keine truppe mehr da rein reitet also war der glaube ich dann dann an der stelle doch sehr sehr krass hier 18 sekunden noch und manche angriffe waren hier sehr sehr knapp haben wir an dem abend auch wieder gesehen ich glaube 99er ich zu haben wir glaube ich nicht gesehen aber schon angriffe die alles in die waagschale geworfen haben also wirklich wo volles risiko gegangen ist oder wo man volles risiko gegangen ist um die matches hier zu entscheiden aber der pfiff hier hat das ganz gut entschieden gegen vision und so sind das hier auch von disabled schöne drei sterne gewesen jetzt springe ich aber rüber in den endkampf und er geht auf dieselbe base also pfiff eben noch angegriffen jetzt als verteidiger gegen Yves Kalle Yves Kalle war glaube ich auch mit ein oder zwei accounts hier am start und ganz ganz starker angreifer muss ich sagen aber alle haben hier sehr sehr stark angegriffen also hier muss sich keiner irgendwie doof vorkommen oder so ich habe das gestern gerade im live stream erlebt dass einige gesagt haben naja ich habe noch nie live angegriffen ja was heißt live dass zuschauer dabei waren und dann macht man das vielleicht nicht so gerne aber Kalle hat schon sowieso oft irgendwo live angegriffen und hat mit mehreren rathausern hier heftigst abgerockt und auch hier im bereich 1 auf 2 also 13 auf 13 hier auf dem pfiff geht das hier erstmal mit einem queen charge ein wenig in die base rein funnel gelungen auch hier ice golems in der clan book und ihr seht das hier das ist schon heftiger heftiger beschuss die royale championatin mit zwei ice golems und der scattershot hier auf der queen das ist schon heavy da muss wirklich alle sinne beisammen haben um da nicht irgendwie so ein bisschen durchzudrehen denn die queen schafft das hier schafft jetzt auch den scattershot und auch hier mit ist das auch hier hybride technik ja hier ist es glaube ich auch war das jetzt hybrid die only minor only minor hier also nicht hier wird mal sehen was gleich noch aus der kaserne kommt da kommt ja am ende kommen noch ein paar truppen raus nämlich die eigentliche clan burg und erstmal kommt da ja ein pecker aus maximal zwölf marke dann in der ausbau stufe vier und jetzt kommt die auch gerade hier mit ihren mit ihrem blauen hammer und unterstützen hier noch mal die truppen auch das muss man glaube ich immer ein bisschen bisschen genauer timen ich müsste das auch mal zeitlich festhalten wie lange es eigentlich braucht bis pecker und die zwölf marke raus sind bevor dann die endtruppen rauskommen dementsprechend früh musste nämlich die kaserne setzen sonst hast du später vielleicht dann acht rockrider im feld aber hast keine anderen truppen mehr die für dich tanken oder die noch ein bisschen das feuer auf sich ziehen und dann hast du von den rockrider auch nichts mehr aber hat er hier schön gemacht die reale der royal champion ist auch noch am start und der adler guck mal wie lange der adler gelebt hat gegen meiner kann man sich wohl gerade sagen gegen meiner kann man es ja machen aber hier leben jetzt auch wirklich nur noch die helden und die geben jetzt den restlichen gebäuden hier den rest 100 prozent kalle auf die nummer zwei auf pfiff also dem pfiff einmal im angriff gesehen und einmal in der defense und ja ich will euch das ergebnis jetzt nicht schuldig bleiben die hat hier ein perfect war hingelegt also 75 zu 70 das fand ich eigentlich also ich will sagen dass das ergebnis ist jetzt nicht weit weg aber es war schon sehr sehr dominant was hier oben vor allen dingen losging der kalle hier hat hier gerockt was was ihr teilweise geht ihr seht dass sie der war mit 23 accounts dabei hier nochmal der kalle g aber es waren jetzt nicht so viele sterne hier noch über und ich glaube auch hier an der stelle wurde cool gekämpft einige defenses haben wir ja auf der rathaus 10er seite vor allen dingen bei den disables sie gesehen an dem mittwoch und auch hier durfte dann glaube ich 50 prozent gedippt werden also der rathaus stufen die hier mit dran teilgenommen haben und ich fand das eigentlich in ordnung also ich fand es war ein cooles match ich habe ja jetzt ein bisschen länger oder war jetzt ein bisschen länger hier damit ich das ganze für euch so ein bisschen festhalten kann ich hoffe das hat euch jetzt nicht gestört dass es so ein kurzes recap noch mal gab hier von the disabled gegen eve also ev ist hier eine runde weiter unter den letzten vier ich bin mal gespannt wie das hier in der prime season dann am ende endet und es gibt ja dann noch die die elite die glaube ich an dem gleichen tag gespielt hat müsste ich mal gucken und aber wie gesagt ich wollte euch das ergebnis nicht vorenthalten und habe es wenigstens festgehalten kann jetzt in die in die wohlverdiente scc wl gehen und dort dann auch wieder klank gespielt denn ich habe jetzt mehrere tage nicht gespielt auch durch solche aktionen hier bin ich dann natürlich eher in den clans als dass ich selber irgendwo ck spiele aber schönes ding hier vielen dank euch beiden clans danke nochmal den gml danke an die führung danke an euch spielern ich hoffe das ganze hat euch gefallen wenn ja dann was mir jetzt nämlich am ende ein daumen nach oben da aber nicht vergessen gelocken stellen dass ihr sowas hier nicht mehr verpasst ich bedanke mich bis dahin euer toto bescht